Oh mein Gott, nein, 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 die gingen direkt auf mich, die gingen direkt auf mich, ach du Scheiße. Morgens und herzlich willkommen zurück bei Standplay, heute mal wieder eine weitere Folge Phantom Abyss. Ja, zur letzten Folge zurück, da haben wir uns ein bisschen durch den ersten Bereich gekämpft, um den Compadre hier hinten auf jeden Fall mal irgendwie ein paar Relikte zu bringen, dass wir dann früher oder später doch mal hier aus diesem Verlies rauskommen. Ob das so passieren wird, keiner weiß. Ich habe auf jeden Fall gesehen, es gab zwischenzeitlichen Patch, allerdings steht hier an dieser Notificationswand überhaupt nichts dabei, was sich hier geändert hat. Von daher werden wir einfach mal gucken, was uns heute hier auf jeden Fall erwartet. Wir versuchen auf jeden Fall weiterhin unsere guten Relikte hier zusammenzubringen von der ersten Stage, um dann natürlich uns eher darauf zu fokussieren, dass wir die zweite Stage kriegen, weil wir sind gerade eben noch die Eiratsdosser auf dem Planeten, weil da kostet zum Beispiel die Holzpeitsche mit einem extra Herzbehälter 5 und ich habe noch 4, deswegen fehlt uns noch so einiges, was wir hier holen müssen. Und drum würde ich sagen, schnacken wir nicht weiter länger und starten wir rein. Auf geht's. So. Wir machen das. New Path. Mal gucken, welcher von diesen komischen Hütern uns dieses Mal das Leben zur Hölle macht. Das ist Auge der Qual. Was macht das? Hier war zuvor noch niemand. Also entweder war hier zuvor noch niemand, oder ist es ja einfach jeder durchgekommen und ist nicht krepriert. Nein, das ist schon echt anders, oder? Nee, nee. Also, möglicherweise, möglicherweise, das ist was anderes, aber keiner weiß, oder vielleicht... Oi, 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 oi. Nee, nee. Lassen Sie das bitte. Stör. Hören Sie auf. So. Keine Spikes in meinem Arsch, das kannst du vergessen. Fuß. Oha. Okay, das ist doch knapper als gedacht. Oi. So, sehr knapp diese. Dann wir machen diese, diese und dann... Oha. Hier. Nice. Kleingeld. Nice. Dann wieder hier. Irgendwie kommt es mir so vor, als wären die Abstände hier ein bisschen... Oi. Ein bisschen größer. Wir werden sehen. So. Dann natürlich ein bisschen Kleingeld mal wieder. Die Armut bekämpfen. Vielleicht, wenn was übrig bleibt, ich spende. Aber ich weiß nicht, wohin. Deswegen müssen wir einfach mal gucken. So. Au. Natürlich. Nein. Ich hab keinen Bock, zwei Leben zu verlieren. Scheiße. Das war... Puh. Erstmal durchatmen. Okay. Also. Weiter geht's. Kann ich hier runter? Hallo? Nee. Sollte ich vielleicht nicht. Keinen Risk machen. Weil das erste Herz ist auf jeden Fall schon weg. Ich wär fast gekombot worden. Und das zweite Herz war auch schon gleich weg. Dann sind zwei Bonus-Herzen gleich mal gechoost. So. Das heißt. In der Regel. Wir versuchen jetzt hier drauf zu springen. Oh. Wir hätten vielleicht noch etwas früher landen können. Aber egal. Sehr nice. Oi. Okay. Wir sind hier. Sehr gut, diese. Dann wir gehen hier. Und der erste Bereich ist durch. Okay. Wir haben eh... Nee. Wir sind arm. Das. Wir brauchen nichts machen. Wir brauchen 150, um das erste zu machen. Okay. Auge der Qual... Ah. Das ist jetzt schon wieder Captain Laser. Ah. Super. Der wird uns bestimmt schon wieder ein bisschen Probleme machen. Zweiter Bereich. Bin ich jetzt echt der Erste, der dieses Level durchläuft? Okay. Ich glaube, da war ich halt echt noch nie. Dieses war das sehr möglich, diese. Okay. Äh. Oh nein. Da kommt der schon. Oh. Lass meinen Arsch in den Ruh. Nein. Versuch. Ja genau. Das kannst du machen. Das ist kein Ding. Gerne. So. Schaut echt komplett anders aus. Wo bin ich denn hier? Ähm. Olinge, wo geht's hier? Oh nein. Kannst du das bitte lassen, Sir? Ich weiß, du... Nein. Ey. Gehst du da, pfui. Gehst du da hin, oder was? Keine Ahnung. Nein. Oh. Oh. Karamba. Das war jetzt... Uh. Das war mir jetzt ein bisschen zu knapp. Scheiße. Also irgendwie... Ich glaube, die haben es anders gepatcht. Also... Au. Also entweder ich nehme Elektrostrahl in meinen Arsch auf, oder... Oh. Ne, ne. Lassen Sie das bitte. Das ist für den ersten Bereich ganz schön schwer jetzt gerade. Hallo. Ich weiß, du willst keinen Frieden schließen, aber ich will trotzdem Frieden. Hörst du mal bitte auf? Gerne. Danke schon. So. Okay, das war der... Nächste Band. Aha, da runter. Oh, ein bisschen Kleingeld. Hallo. Kontostand auffüllen. Sehr gerne. Danke schon. Okay, und es ist ein... Ungewöhnlicher Schlüssel, mal wieder. Frag mich, was ein gewöhnlicher ist. Wahrscheinlich diese komische... Keine Ahnung. Harschkugel, oder was auch immer hier ist. So, da bin ich ja eigentlich hoch, ne. Aber ich glaube, dass... Oh, nee, 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 nee. Au. Scheiße, schon wieder ein halbes Set weg. Marken. Ich glaube, mein Peitsche ist gleich weg. Ähm, da können wir runter, aber hier können wir auch lang. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier. Ohne muss ein bisschen Kleingeld kommen. Gib mir 60. 60. Ja, nicht 160. Gib mir 60 insgesamt, bitte. Gerne. Er mag nicht. Er ist knauselig. Oh. Okay. Dann haben wir hier wenigstens noch. Komm, 40. 40. Gib her. 90, 200. Yeah. Okay. Jetzt können wir einfach nur beten, dass wir hier Herzen aufgefüllt bekommen. Aber keiner weiß. Der wird hundertprozentig jetzt gleich kommen, der Pisa. Tu es nicht, Johnny. Bleibst du weg? Gehst du nach Hause? So, nach oben. Sehr nice. Geh rüber. Geil, diese. Und dann. Komm. Beat Hartsam. Komm schon. Okay, wo sind wir jetzt hier? Kein Dunst. Oh. Oh nein. Nein, nein. Oi. Der geht mir ganz schön nach dem Sack, ne? Ähm, Sir. Du willst nicht drüber reden. Ach, komm schon. Wir können doch Freunde sein. Oh. Nein, 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 nein. Lass meinen Arsch in Ruhe. Sehr gut. Sehr gut. Okay, neuer Segen. Ja. Das brauchen wir. Okay, wir haben dreieinhalb Herzen. Nice. So. Nächster Bereich. Auge der Qual. Fängt auf jeden Fall an, ein bisschen zu ragen hier. Aber es ist echt cool, dass ich jetzt endlich mal irgendwie ein neues Level habe. So, und dafür brauche ich wahrscheinlich 250, oder? Scheiße. Ne, 200. Okay, wir müssen Geld finden. Ah, da vorne ist Geld. Aber das ist nur Kleingeld. Hallo. Du spikst dich, mein Arsch. Verpiss dich. Gerne. Dankeschön. Okay, da sind noch Flammen. Jaja, komm. Du erbisch mich. Gerne. So, das heisst dann wieder rum. Wir gehen jetzt mal hier rund. Oh, 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 oh. Oh, oh. Hoi, ei, 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 ei. Das war... Nee, nix gut. Gar nix gut, diese. So. Bitte nix. Nein. Ach, du Scheiße, was ist das? Äh. Äh, erkennt ihr das Muster? Keiner weiß. Oh, 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 nein, 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 ach verdammt, jetzt ist da noch der Laser-Typ hier, wach auf, oh, 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 ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot, el toto grande, wir müssen da durch, dann hier, oh, hui, ach du scheiße, ist das schwer, ey, wir sind ja nur im zweiten Bereich und das ist schon so übel, ey, fuck, ich hab überhaupt kein Talent, was sowas angeht, lass mich hier doch, ey, Oh, hör auf, lass es, oh, okay, kannst, nein, 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 keine Spikes in meinem Arsch, vergiss es, okay, ich hab ihn abgehängt, glaub ich, yeah, okay, wir sind eins, oh, hallo, ich weiß, du willst bisschen schaschlich verarbeiten, aber ich will nicht, das ist nix gut für meinen Arsch, hör auf, bitte, gerne, okay, da können wir runter oder wir gehen geradeaus? Ähm, da vorne ist die nächste Abzweigung, aber das kostet 250 Tacken, oder? Ne, 200, nice, okay, äh, Wächter werden nicht verärgert und greifen dich auf der nächsten Ebene nicht an. Gerne, ja, oh, boah, was neu ist, ey, der lässt mich in Ruhe, geil. Er zieht zu. Ja, ja, aber geht jetzt trotzdem was los oder zählt das jetzt? Keiner weiß. Oder auf der nächsten Ebene ist dann hier, Ebene 2 vielleicht, oder ist das nur ein Abschnitt, oder was zählt für dich als Ebene? Kannst du mal bitte übersetzen? Hallo? Hey? Dad? Erzähl mich. Was soll diese? Er weiß auch nicht, er gibt keine Antwort. Er ist wahrscheinlich beschäftigt. Okay, du gehst mal, genau, 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 genau. Hui! Oh, oh, nee, nee, kein Schaschlick bitte, gerne, danke schon. So, dann, äh, wir ziehen mal durch hier. Slalom, yeah. Gerne. Go. Okay, gut, 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 gut. Also, im Normalfall, jetzt müsste er eigentlich kommen, wech der und sagen, ey, Junge, bist du gefickt, aber irgendwie, er mag nicht. Ich glaube, der hat sein Valium bekommen oder so. Nice. Okay, das war easy. Da ist nix. Komm schon, ich will noch eine Million zur Million. Bitte, gerne. Keiner weiß, ich glaube, da ist niemand. Der hört mich nicht. Ui. Okay, also. Elbpfeil. Oh. Oh. Ja, fast, fast wäre mein Arsch geplättet worden, ey. Uh. So nice. Okay, das war die erste Flamme. Flamme an. Geil. So, fehlt nur noch eine Seite. Das ist die Spike-Seite. Okay. Äh, nein. Kein Fall in meinem Arsch. Danke. Gerne. Äh. Ui. Ui. Ne. Ne, ne. Deinen Analplug kannst du behalten. Gerne. Tschüss. So, dann wir gehen hier, machen diese und machen das hier. Sehr nice. So. Okay, ähm. Wurde es abwarten. Äh, ich glaube, da kommt niemand. Sehr nice. Dann hier. Dann hier. Dann. Ui. Ja. Hat geklappt. Okay. Da oben ist ein Kiste. Gerne. Reichtum. Okay. Was? Okay, was machst du hier? Du gehst jetzt von außen nach innen, oder was? Gerne Chance. Danke. Okay, und bitte halt mich aus. Danke. Tschüss. Oh je, was ist denn das? Oh. Oh oh. Das ist nichts gut, diese. Das ist echt neu. Die haben hier echt was anderes gemacht. Nice. Jetzt müssen wir aufpassen. Ui. Ui. Ja. Okay, passt. Ey, cool. Die haben sich echt was Neues einfallen lassen. Geiler Scheiß. Also das gefällt mir, ne? Ich meine, klar, ist anspruchsvoller jetzt. Aber. Cool gemacht. Das habe ich noch nie zuvor gesehen. So, jetzt dürfen wir zweieinhalb Mal. Okay, eigentlich nicht. Zweimal abkacken und dann sind wir immer noch gut dabei. Da hinten ist das Wunsch-Item. Relikt. Also komm. Ui. Yeah. Nice. Okay. Also. Gerne. Komm schon. Yeah. Okay, das war Nummer eins. Hui. Puh. Und dann. Oh, nein. Ei, ei, nein. Bleib am Leben. Bitte. Ich will nicht sterben. Ich bin noch zu jung. Hui. Okay. Hier war nochmal alles nicht mehr an der Kiste. Ach so. Die gibt es noch. Sehr nice. Dankeschön. So. Jetzt müssen wir es nur darüber schaffen. Komm schon. Ja. Okay. Das passt. Äh. Komm ich da jetzt überhaupt? Wie komm ich da rüber? Von hier aus komm ich da nicht hin. Okay. Wir müssen. Risk. Oh. Yeah. Komm. 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 Das ist aber schon wieder so ein komischer. Oder? Ist das ein neuer? Der hat ein Blaswerkzeug da drin. Ich würde mal sagen, der bläst gern. Haha. So. Bitte kein Duplikat. Das wäre sehr nice, diese. Komm schon. Gib mir mal was Neues hier. Komm schon. Gerne schon. Wir haben ein neues Item, ey. Wuuu. Geil. Relikt beansprucht. Sehr nice. Leute. Fortschritt. Schaut euch das an. Hier. Wir haben den Bläser. Wir haben. Was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Soll vielleicht so ein antiker Stein sein. Da haben sie irgendwie Edelstein geklaut. Und den hier rein. Dann haben wir hier den. Das steht nochmal da. Den hier. Die Schlange. Die ist die geilste. Das hier. Das hier. Also die Relikte fühlen sich, ne? Es werden immer weniger. Und natürlich hier Probelevel. Das war ja Warm-Up mehr oder weniger. So nice. Endlich. Wir haben ja sowas wie einen Erfolg. Aber was mich mal interessieren wird. Kann ich hier einfach runterspringen? Oder ist das hier abgegrenzt? Warten Sie. Ich glaube wir könnten eigentlich mal probieren. Aber das machen wir danach. Einmal probieren wir es jetzt noch. Wir haben wenigstens hier alle Peitschen von der ersten Stage. Die benutzen wir ja gerade. Das ist die, die man nicht verlieren kann. Und dann würde ich mal sagen, direkt ein neuer Versuch. Gerne. Danke. Das ist jetzt auch echt ein bisschen anders aufgebaut mit diesem Starter-Level. Das heißt, wenn ich irgendwann mal aufs Team Freunde besitze, kann ich dann den Leuten, die das Game zocken, kann ich dann auch mal. Okay, verzehrte Wut. Beschütze diesen Tempel. Einen Decker ist hier kapiert. Nice. Okay, wir können hier wenigstens jemanden verfolgen. Hallo, wer bist du? Hey, wie heißt du? Balena, eins, zwei, drei. Okay. Alles klar. Ich frage mich, was dieses Viech hier überhaupt macht. Nice. Nice. Ach, du hast die Kieße vergessen. Haha. Tja. Hättest du mal lieber dran gedacht, ne? So, okay. Kein Spikes hier. Ne, aber hier. Zu offensichtlich. Werde gehst du? So, gefällt werden will ich nicht. Jetzt, pfui. Danke. Gerne. So, geh mal an. Geh mal an. Geh mal an. Oh, das war. Oh. Das war vielleicht ein bisschen zu knapp. Dann verfolgen wir natürlich wieder mal unser Ziel. Reichtum. Sehr nice. Oh, sie kommt hinterher. Oder er. Oder es. Ich hab keine Ahnung. Okay. Also, das heißt hier. Sehr nice. Okay. Richtig epische Musik hier, ey. Geiler Scheiß. Aber dafür, dass ich noch nicht verfolgt werde, ist das zu episch. Boah. Das ist auch neu. Yeah. Komm schon. Nein, der Arsch wird nicht gefehlt. So, jetzt gehen wir hier runter. Abrollen. Perfektos. Und dann hier. Kohle. So, der andere, ich weiß nicht, was der macht. Der braucht anscheinend noch einen Moment, um sich zu sammeln. Ey, was geht? Geht's auch da runter? Komm, du willst auch Geld. Ja. Will auch Geld. Sehr nice. Ich verfolge auf jeden Fall dasselbe Team wie... Äh, dasselbe Team. Ja, klar. Natürlich. Dasselbe Team wie ich. Reichtum. Ist hier noch? Oh ja. Aha. Wir werden wenigstens für das, was wir tun, bezahlt. Aber das Ding ist auch nice. Was ist das? Ist das eine Riesenschlange? Oder ein Hund? Oder ein Drache? Keiner weiß. Okay, also. Hallo. Ey, willst du da nicht rein? Komm. Jetzt wird er gleich geschnetzelt. Doch nicht. Okay, also. Hui. Darüber. Reichtum. Haben wir. Haben wir. Oh, nein. Vergessen Sie. Oh, ja, ja. Das Ding hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Geh, 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 geh. Gerne. Tschüss. So. Du willst natürlich auch weiter, ne? Gerne. So, ich bin mal, ich bin mal dabei. Ey, das ist auch neu. Geil. Also vielleicht... Oh. Vielleicht haben sich da auch viele Spieler drüber aufgeregt gehabt. Von wegen, dass es hier echt, äh, ein bisschen, ja, wie ich sag mal, es blöd ist. Oh, nein, 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 nein. Nicht runterfallen, bitte. Gerne. So, wir haben den ersten Bereich fertig. Cool. Was haben wir hier? Bonusherz? Ja. Äh, Glückslandung. Als ob wir Glück haben. Wie immer. Das würde ich gerne mal das erste Mal erleben, wenn ich mal wirklich, äh, hier geheilt werde. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ah, ah. Das ist schon wieder der, 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 der wohl bescheißt. Das ist der Cheater. Das ist dieser rote Penner, der, der mich da das letzte Mal so richtig schön knapp verfeucht hat. So. Oh, okay, das heißt, wir haben diese, dann wir werden machen. Oh. So, ganz kurz, mal gucken. Ja, passt. Äh. Äh. Keine Ahnung, was da ist. Schreibstern? Nee. Ach, Dana. Okay. Du weißt anscheinend, wo es hingeht. Hallo. Geht immer hinterher, ne? Ich hoffe, das passt. Ja, das passt. Boah. Oh, okay. Also, das scheint die Person doch echt gut gemacht zu haben. Ey, hier ist ja echt viel Kohle. Yeah, wer wird denn reich? Nice. Okay, dann hier. Oh, nein. Kein Spike in meinen Arsch. Vergiss es. Da laufe ich lieber durch. Wo ist die? Keiner weiß. So, und jetzt müsste ja so langsam aber sicher der Glösskopf hier kommen. Wo ist denn der? Äh, hier definitiv nicht. Hier ist es in der Kiste. Gerne schon. Danke. Ich glaube, der Verfolger macht gerade eben noch Pause. Der trinkt noch einen Kaffee oder so. Ist gerade eben aufgestanden. Und der andere ist, wo ist denn die? Da hinten kommt er. Yeah, nice. Er ist noch am Leben. Ich bin mal gespannt, wo der abgekratzt ist. Oder sie. Da kommt er kommt. Sehr schonst. So, hier ist nichts. Powerslide. Nice. Äh, ich glaube, da geht es für meine Verhältnisse ein bisschen weiter. Das lassen wir. Okay, also. Ähm, irgendwie. Wir müssen jetzt. Okay. Wir müssen abrollen. Ja. Wow. Jesus Christ. Ich habe es gerade eben gedacht. Tschüss. Okay, da nicht. Äh, was ist hier? Darf ich mal untersuchen? Inspezieren. Oh, je, je. Nee, doch nicht. Nein. Nee, ich glaube immer, ich rutsche zu weit. Also, ich habe da Angst. Ich gebe offen und ehrlich zu, ich bin ein Schießer. Ganz vorsichtig. Stuk für Stuk. Doch, solange wir die Zeit haben, können wir das machen. Oder ist er an der Rauschen runtergeflogen? Oder kommt er? Hey, Kollege. Kommst du? Ich glaube nicht mehr. Vielleicht tot. Keiner weiß. So, 300 Tage. Oh nein, jetzt kommt er. Vor allem jetzt. Wieso habe ich dann jetzt Glück? Chance, Schaden zu entgehen. Also, wir haben Glück hoch zwei. So ein bisschen Glück zum Quadrat. Okay, jetzt dritter Bereich. Da wird er uns bestimmt jetzt, dadurch, dass er jetzt hier aufgehört hat, uns zu verfolgen, gleich an den Sack gehen. Ah, ist er schon hier? Ach, sie lebt immer noch. Oh. Oder in dem Fall ist es sogar ein R. Oh, na, perfekt. Oh, na, perfekt. Genau. Das läuft ja richtig. Schön, schön kastroniert hier. Okay. Okay. Ah, perfekt. Gleich zwei Herzen verloren. Nice. Von wegen Glück, Chance, äh, Chance, äh, Schaden zu entgehen, ey. Am Arsch. Seht ihr mal, was ich für ein Glück... Oh, nein, 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 nein. Der Cheater kommt. Oi. Hi. Na, was geht? So, er, er heißt Marvin und er hat mich lieb anscheinend. Oh. Nee, verpiss dich. Ich hab keinen Bock auf... Nee, es gibt Corona-Zeit, mein Freund. Abstand. Ich hab gesagt, Abstand. Verpiss dich. Kein Bock, du hast bestimmt die Krätze. Oh, nein. Oh, nein. Der, der kommt gleich hier durch. Der kommt gleich hier durch. Der kommt gleich... Oh, 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 oh. Oh, ich, ich spür ihn. Oh, oh, oh. Er ist in mir. Scheiße. Okay, doch nicht. Verpiss dich. Hau ab. Gerne. So, natürlich ist der Piest. Ich wär auch Piest, wenn, wenn ich jemanden näher komme. Wollte und er mich nicht ran lässt und so. Ich kann dich verstehen, Bruder, aber nee. In solchen Zeiten ist Abstand immer wichtig. Also, geh weg. Gerne. So. Okay, mit drei Leben könnten wir das hier packen. Boah. Okay. Okay. Unten drunter. Gerne. So. 152 Tag. Nicht schlecht. Nein. Wir machen kein L aufgespieß. Komm, geh weg. Okay, ja. Ich weiß, es ist ein Tower, aber ich hab keine Lust, jetzt gerade eben mit einem Pfeil in meinem Arsch aufzuwachen. So. So. Das heißt, dadurch. Oh. 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 Okay. Einfach als durch die Mitte. Scheiß drauf. Komm schon. Ach, das war ja easy. 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 So, jetzt kriegt unser Verfolger hier mal wieder einen emotionalen Ausbruch gerade. Warte. Ähm. Also. Nee. Kein Scharschlik, bitte. Gerne. So, wo ist er? Da kommt doch schon wieder der Cheater. Oh. 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 Ich bin im Arsch. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ach, komm schon. Ich war festgehangen und dann zieht er sich hoch und geht da rein. Verdammt. Mein Peitsche ist weg. Scheiße. Äh. Gerne. Äh. Was ist das jetzt gewesen? Was hab ich gemacht? Was hab ich jetzt gemacht? Keiner weiß. Ach, verdammt. Hätte ja klappen können. So. Gib mir mein Peitsche wieder. Mehr Info. Zurückholen. Gerne. Nice. Okay, wir haben sie wieder. Dann. Alle guten Dinge sind drei, würde ich mal sagen. Einmal machen wir noch. Und mal gucken, welcher Psycho mir jetzt schon wieder am Arsch rumklebt. Na toll. Will der mich jetzt shenten, oder was? Was bist denn du für einer? Ah, warte. Das könnte der sein. Der Booney Tunes. Alles klar. Passt. Jetzt ist auch mein Phantom da drin gefangen. Naja. Jeder, wie er es verdient, sagt man doch immer, ne? Und anscheinend verdiene ich es ja richtig. Boah. Ey. Yo, yo, yo. Das war. Nee. Ah, ah. Das wird mir langsam ein bisschen zu knapp. Ähm. Also, ja. Genau. Ich werde mal hier ein bisschen anders rum gehen. Wir gehen die Sachen mal auf der anderen Art und Weise an. Gerne. Wer hat denn die gleiche Idee? So. Gerne. Kann ich, kann ich aber vielleicht meinen Läufer so ein bisschen, keine Ahnung, optimieren? So weißt du, vielleicht keine Ahnung. Ne rote Hose, wenn man wieder Gegner nicht sieht, dass es lute. Dann kann man dann, wenn man einen sieht mit brauner Hose, so der hat das Prinzip verschacken. Der, der trägt eine braune Hose. Okay. So, das haben wir. Hallo. Äh, ich hätte gerne eine Spende. Danke. Gerne. Okay, wir gehen jetzt weiter in diese Richtung. Sehr nice. Gut, gut. Okay. Äh, was bist du? Du bist eine Abkürzung, ne? Nee. Nee. Ich bin eh eine arme Sau, da brauche ich das nicht. Oh Gott, wie schnell ist das denn? Nein. Oh. Oh. Oh, jetzt, jetzt. Oho. Okay, also wir müssen, wir müssen. So. Genau. Gerne. Nicht runterfallen, bitte. Gerne. Oh. Da durch. Nice. So. Hier ist die Abkürzung gewesen. Das heißt dann die Richtung. Und somit dürfte, glaube ich, schon wieder der erste Bereich gleich fertig sein. Vielleicht. Nee. Nicht ganz. Gerne. Danke schon. Du hast doch hier bestimmt Geld, oder? Reichtum. Nein? Scheiße, das sah so einladend aus. Naja. Daneben nicht. Wer nicht mochte, der hat schon. So. Okay. Ähm. Beten. Hui. Yeah. Wir haben es einfach nur voll drauf. Nice. Bereiten wir uns schon mal moralisch auf die Karma-Stelle des Jahrzehnts vor. Gerne. So. Ist das dann jetzt gleich mal hier? Genau. Geld. Nice. Komm. 50. Ich bin 50. Dann hier. Save 50. Komm. Nice. 160. Yeah. Das heißt, wir haben hier was zum Kaufen. Was ist das hier? Äh, wohin muss ich denn? Ach, ich muss da. Oh. Das ist auch neu. Also, das ist echt. Respekt an die Entwickler. Ohne Scheiße. Wir haben endlich mal was komplett Neues. Okay. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen hier rüber. Nein, doch nicht da hoch. Bist du bescheuert? Mach doch endlich mal das, was ich möchte und nicht, was du willst. So, ich glaube aber, dass ich da rüber möchte, weil, yeah, genau da ist es. Reicht hohen. Nice. 200 Tacken, ey. Verdammt, geil. Ey, der Kollege ist auch noch hier. Cool. Er hat also hier auch nicht dreimal abgeschissen. Das ist nice, diese. Wow. Also, da geht's tief. Ne. Ah, zum Glück. Pauli. Okay, das war nix gut, diese. Das sehr gut, diese. Äh, Geld. Geld ist immer gut. Aha. Der hat gescheatet. Habt ihr gesehen? Jeder hat gesehen. So. Nein, kein Spike in meinem Arsch. Das auch nicht. Ich muss mal meine ganzen Herzen für später aufheben. So. Sehr gut. Aber so letztes, schnelleres Peitschen. Ja. Boom. Nice. Okay, ist auf jeden Fall schneller. Nein. Ach, das ist, oh na. Das ist Elgaso. Scheiße. Da herrschen hier gleich wieder ganz andere Zeiten. Hoffentlich hält er sich noch ein bisschen zurück. So, Kollege. Entspann dich. Läd' dich zurück und genieß die. Wow, die Show. Ich werde mich gleich selber umbringen. Keine Sorge. Das kriege ich schon hin. Äh. Nö. Nö. Wow. Nö. Ah. Vergiss es. Da hoch. Oh nein. Ich weiß, dass du sauer bist, aber lass es. Ey, das schaut voll nice aus, das Ding, ne? Äh. Wow. Oh. Oh. Oh je. Oh. 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 Oh oh. Nein, 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 nein. Lass es. Lass es. Hör auf. Oh. Oh. Also, irgendwie. Ich, ich, ich habe keinen Bock auf eine Autorfahrung. Verpiss dich. Oh. Okay, ich lebe noch. Noch. Irgendwie. Okay. Abrollen. Au. Beine gebrochen. Alle Beine. Oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nö. Oh. Okay. Wir haben irgendwie ein halbes Leben verloren. Egal. Aber wir leben noch. Wo? Oh nein, jetzt fängt er noch mehr an zu pumpen. Scheiße. Irgendwie muss ich das jetzt unfallfrei überstehen, damit ich im nächsten genügend Versuche habe, falls ich mir doch mal den Arsch so aufspieße. Ich habe keinen Bock mehr auf. Ich blute. Gerne. Geld. Danke. Okay, also der hat auch noch gut mitgehalten, ne? Na, Kollege. Ja, genau. So. Nice. Tja. Musst du halt gehen, so. Kein Ding. Ich habe dich überholt, mein Freund. Oi. Nein, der bleibt Jungfrau. Immer noch. So. Dann jumpen wir. Sehr nice. Jump. Jump. Geil. Sehr gut. Okay. Speedrun. Ja, mach doch. Rutsch. Gerne. So. Oh nein. Ey, mein Freund. Was? Oh. Oh. Wir haben es, glaube ich. Nice. Okay, 200. Was gibt's? Durchsprung und Glück. Da seht ihr mal. Doppelglück gehabt, letzte Runde und trotzdem kein Glück gehabt. 6 Gasbomben. Ja, übertreib doch halt komplett. Kannst du es bitte nicht mal lassen? So. Wir werden definitiv jetzt nach unten gehen. Sowas von. Ich möchte das Relikt und am besten ein neues Relikt. Okay. Ähm, mit dir brauche ich auch nicht reden, ne? Keiner weiß. So. Äh. Ja. Ähm. Dann quetschen wir unseren dürren Arsch auf jeden Fall nochmal durch. Dann hier. Gerne. Nö. Der bleibt immer noch Jungfrau. Die es immer wieder probiert wird, ne? Oh mein Gott. Nein. 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 Boah. Die ging direkt auf mich. Die ging direkt auf mich. Ach du Scheiße. Oh. Oh, da ist er schon wieder. Fuck. Uh. Fuck. Oh nein, 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 nein. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Oh. Oh je. Oh. Oh. Der Fall war fast in mir. Scheiße. Also irgendwie wird das voll stressig gerade, ne? Ich sag's euch. Oi. Wo bin ich denn hier? Das ist auch mal was ganz Neues. Irgendwie fällt der ganze Tempel hier auseinander. Scheiße. Okay. Hier haben wir was. Yeah. Komm. Gib mir Geld. Danke. Werd ich schon nie wieder verwenden können, aber egal. Oi. Oh oh. 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 Ich bin hier hoch. Gerne. Oh. Au. Au. Oh. Tau. Oh. 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 Ja. Okay. Wir haben's. Oh. Scheiße. Wuh. Also, äh, das Spiel hat deutlich an Schwierigkeit zugelegt. Finde ich persönlich. Ich weiß nicht. Ihr habt ja ein bisschen mehr, ein bisschen hoffentlich alle Folgen geschaut. Deswegen sagt ihr mal in den Kommentaren am besten. Wann denn dir, dass es bis jetzt was Neues, oh, der ist schon wieder hinter mir, dass es bis jetzt eine neue Art von Schwierigkeit ist, so, was ihr so denkt, oder denkt ihr eher so, nein, der, der stellt sich einfach nur an wie so ein Hund zum Scheißen. Wäre mal gut zu wissen. Oh, ich hab gedacht, das tut jetzt weh. Hoi. Ja. Okay, das haben wir. Ähm. Nein, da ist er schon wieder. Sag mal, kannst du dich lieber verziehen, ey? Ich will doch nur meine Ruhe haben. Oh. Oh. Okay. Knapp. Oh, nein. Ähm. Kann ich aufkaufen? Nein, ich kann nicht aufkaufen. Fuck. 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 Hoi. Nee. Über die Mauer. Ja. Ah. Hoi. Hoi. Ha. Hier. Gerade noch. Oh. Da ist es nämlich schon wieder. Ah. Au. Das tut so weh. Oi. Ah. Das ist so stressig. Ah. Mein Arsch. Oh. Okay. Okay. Ja. Ja. Yes. Okay. Nice. Das war. Oh. 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 Scheiße. Stress Level hoch 10. Komm. Ja. Greif das. Perfekt. Nice. Du bist die Beste. Komm. Du weißt es auch. Gut. Sehr gut. Sehr nice. Okay. Dann. Ah. Das war. Holy. Ich hab mich kurz verdrückt. Ich hab nur links gedrückt. Scheiße. Okay. Tarzan. Komm. Ja. Okay. Nice. Dann. Hier vor. Perfekt. Und dann. Ja. Okay. Pass. Pass. Relikte. Relikte. Das ist wieder was Neues. Nice. Zwei Relikte. Aber das schaut schon irgendwie voll hässlich aus, das Teil, oder? Bis bald. Ah. Also langsam aber sich erfüllt sich die erste Stage. Das ist schon was. Sehr gut. Sehr gut, diese. Hierher. Schaut euch das mal an. Nice. Cooler Scheiß. Okay. Also. Wir haben fast eine Seite voll. Da fehlen noch drei. Vier. Fünf. Sechs Stück. Wenn wir sechs Relikte noch haben, ist die erste Stage fertig. Cool. Okay. Ja. Dann würde ich mal sagen, beende ich das Video mal wieder an dieser Stelle. Vielleicht bedanke mich bei dir auf jeden Fall fürs Zuschauen. Gerne ein Like und oder Kommentar da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Denn wie jeder weiß. Support ist kein Mord. Damit Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.